Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Diablo 2. Leute, wir sind hier gerade Multiplayer am Start mit Deckard Cain und so. Und ein Paladin. Jetzt kommen die richtig krassen Spieler wieder am Start. Äh, Katakombebene 4. Ich spüre es. Andariel wurde umgebracht. Das Übernatürliche ist hier stark. Andariel wurde umgebracht. Alter, was? Andariel wurde umgebracht, Leute. Ich hoffe, ihr wisst, wer Andariel ist. Sind die schon in Akt 2? Sind die schon in Akt 2? Was machen die? Willst du mal einmal in die Kommentare schreiben? Was zum Teufel? Ich glaube, die sind schon fertig. Kaserne. Leute, die sind schon fertig. Um, Säbel. Komm mal, Leute, wir können jetzt direkt... Wir brauchen 21 Geschicklichkeit. Uiuiui, die sind schon alle fertig. Wartet mal, wir gehen mal ganz kurz hier raus. Wir gehen mal ganz kurz raus. Wir suchen einen anderen Server. Mal einen neuen Server hier. 90 Minuten rum. Gehen wir mal hier rein. Das ist ja richtig krass, Leute. Was geht hier ab? Die rushen ja richtig durch. Die Dudes rushen ja richtig durch. So, gehen wir mal hier... Och, die sind auch schon durch. Also, der ist ein bisschen stark. Ein bisschen. Schlagenes Leder. Alter Schwede. Wir sind einfach... Wir sind so schlecht, ne? Wir sind alle overpowered. Ach, du Kacke. Benötigte Stärke. 27. Ach, du Kacke. Das überleben wir nicht. Wenn wir hier reingehen, überleben wir das nicht. Bin ich mir sicher sogar. Machen wir erstmal hier. Werwolf? Machen wir mal rein hier. Keine Ahnung. Ich kann euch nichts garantieren, Freunde. Krass, wie viel. Guckt mal, wie lange es braucht. Guckt euch mal an, wie lange es braucht. Ich sterbe hier. Ich muss so ein Boss probieren. Meine Ranke stirbt gleich. Ach, du Kacke. Sie sind viel zu stark. Ne, das funktioniert nicht. Wir brauchen auf jeden Fall einen TP. Need a Porto. Können die mir helfen, willigstens? Was ist mit denen? Was sind die so Ego? Leute. Ich bin ein Freund von euch. Wisst ihr, wer ein richtiger Geizhals ist? Ich erinnere mich auch noch daran, dass es geht. Ich zeige euch den Verkäufer, der ist hier unten. Der geht. Guten Tag, ja. Er ist übel, der geht. Geht, der Geizhals. Okay, was holen wir uns denn hier? Äh, Kapuze. Oh, das ist einiges. Beteiligung 11. Weg damit. Probe uns lieber das hier. Zack. Eine neue Waffe. Würde ich gerne sagen, ich würde gerne noch ein paar Handschuhe neue. Nehmen wir mal diese Handschuhe. Zack. Oh. Raus. Neue Handschuhe und dann neue Stiefel. Nehmen wir diese Stiefel. Oh, ich habe nicht genug Gold. Alles klar. Nicht genug Gold. Leute, guckt mal. Die sind Katakomben Level 4, glaube ich, ne? Aber sie sind zu dumm. Ein neues Portal. Ich verstehe das nicht. Statt mir einfach mal hier zu helfen. Die haben hier schon alle gekillt. Die haben schon alle gekillt hier. Warum machen die das? Ich guck mal, hier sind noch Gegner. Reif jetzt einfach mal hier an. Keine Garantie, aber trotzdem. Die sind stark. Die sind sehr, sehr stark, Leute. Zu stark. Alter. Egal. Wir haben jemanden, der hilft uns gerade. Wir haben jemanden, der hilft uns. Sehr gut. Sehr gut. Hilft mir. Ich glaube, das ist ein Paladin. Reif an. Ist hier nicht Andariel? Uiuiui. Sterbe gleich. Alter, ich sterbe gleich. Jett, er mir hilft. Krass. Das ist so krass, ne? Guck mal, wie lange ich brauche, um den Dämonen zu killen. Ich schaff das gar nicht. Krass. Aber die sind zu schwer, Leute. Die sind zu schwer, Leute. Pack ich nicht. Dieser Rockshorn ist sogar abgehauen. Wir hatten gerade einen im Team, der ist abgehauen. Das ist zu heftig. Also, das packe ich nicht. Ich muss hier raus. Ich muss auf jeden Fall... Ey, das war jetzt echt krass. Ach du Scheiße. Was war denn das jetzt? Wie stark die sind? Boah. Akt 1, Englisch. Hier. Komm, gehen wir hier rein. Oh, Spiel ist voll. Neuer Start. Zack. Andariel. Ich würde mal gerne gegen Andariel spielen, ey. Mal hinterher direkt. Och, die sind auch schon fertig, oder was? Auch fertig, oder? Ja. Die sind auch schon fertig. Ach du Kacke, die sind auch schon fertig. Die sind auch schon fertig. Gehen wir mal kurz raus. Musst du mal hier... Ja, speichern und verlassen. Die meisten sind schon fertig. Keine Ahnung warum. Akt 2, Fresh. Akt 2. Wir sind noch nicht Akt 2, ne? Deswegen können wir wahrscheinlich nicht Akt 2. Ja? Ne, ich kann noch nicht Akt 2. Ne, das funktioniert so nicht. Wir müssen das anders machen. Ich muss erstmal ein... Gucken. Akt 1, Akt 1, Akt 1, Akt 1. Akt 1, Akt 1, Akt... Schwierig, schwierig, schwierig. Ey, so schnell findet man das nicht, oder? Was ist denn hier? Die ganzen... Das sind die krassesten Spieler, die es gibt eigentlich. Das sind diese richtig krassen Cracks, die nicht anders spielen können, Leute. Heftig. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020